Markus, du hast gesagt, du willst halb zwölf geweckt werden. Soll ich schon wieder nervige Musik anmachen? Nein, ich bin wach. Sieht aber nicht so aus. Doch. Denn sie hat mich ja auch schon geweckt. Ich war ja auch schon. Jürgen, du wolltest doch nicht beim Essen gefilmt werden, hast du gesagt. Jürgen, Flavu. So give me coffee and sushi. Vor allem jetzt um die Zeit, wo man überhaupt noch nicht geistig in der Lage ist. Das ist aber das, was die Leute, die filmen immer wollen. Die Künstler, die wollen immer die Menschen in Situationen abpassen, in denen sie die Kontrolle verlieren. Was sagst du dazu? Kontrollverlust, der es zu zweifel auf der Berühmtheit gebracht hat, in Shanghai. Da wollte ich hier ansetzen, neben mir befindlich. Eckhardt, Labor. Ecki Herd. Ecki Herd. Ecki Herd. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Thakke. Hallo! Kaffee! Boah, das sind Straßen hier in Gangreihe! So, Markus mit seinem Kleinen! Wahnsinn, was hier loset! In Gangreihe! Unglaublich! Mein Gott, so! Musik Hohe Schritte näher im See, singen Sie über die Stadt. Und im Tag ist da sind wir eins, und am Morgen wieder im Zweid. Hohe Schritte näher im See, singen Sie über die Stadt. Und im Tag ist da sind wir eins, und am Morgen wieder im Zweid. Musik Oh, was wirst du noch? Ja! Musik 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 Was ich gerade suche Aber eigentlich habe ich ein ganz anderes gesucht Das ist das Weitschkabel Das ist doch vollkommen klar Wir finden sich die ersten Gäste wieder ein Was? Okay Das ist doch vollkommen klar Ja 1 2 3 4 4 5 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 6 6 6 7 9 10 10 10 10 10 10 11 15 15 15 15 15 16 21 22